Der FC Schalke 04 kreuzt am Samstagnachmittag, 15.30 Uhr, mit Fortuna Düsseldorf die Klingen. Beide Klubs trafen zuletzt Anfang Februar im DFB-Pokal-Achtelfinale aufeinander. Die Königsblauen setzten sich vor heimischem Publikum mit 4 zu 1 durch. Nach vier sieglosen Partien will Cheftrainer Domenico Tedesco gegen den Aufsteiger unbedingt wieder in die Erfolgsspur zurückkehren. Über unsere aktuelle Situation kann es keine zwei Meinungen geben, stellte Tedesco auf der Pressekonferenz am Donnerstag klar. Allerspätestens jetzt muss jedem Einzelnen bewusst sein, worum es geht. Wir brauchen die Grundtugenden, die wir in Mainz, 0 zu 3 Niederlage, Anmerkung. D. Redaktion, nicht gezeigt haben, forderte der S04 Kodisch. Düsseldorf stehe in der Tabelle derzeit zurecht vor Schalke 04. Ich will den Gegner jetzt nicht stark reden. Wir haben sie bereits zweimal in dieser Saison geschlagen und müssen alles dafür tun, um auch das dritte Spiel erfolgreich zu gestalten, Erklärte der 33-jährige Übungsleiter, der am Samstag auf Alessandro Schöpf, Außenbandriss, und zu Acerda, Rotsperre, verzichten muss. Hinter Westen McKennie, muskuläre Probleme, und Bastian Otschipka, Zehntzündung, steht zudem ein Fragezeichen. Das Tor der Königsblauen wird Alexander Nübel hüten. Der 22-jährige steckt vor dem Rückrundenstart zur Nummer 1 auf. In der Defensive könnte sich Tedesco erneut für eine 3er-5er-Kette entscheiden. Mit Benjamin Stromboli, der nach seiner Jochbeinfraktur mit Maske spielen kann, steht eine weitere Alternative zur Verfügung. Fraglich ist, auf welcher Position der Vizekapitän auflaufen wird. Beginnt der Franzose als Rennenverteidiger, müsste Jeffrey Bruma auf die Bank weichen. Denkbar ist allerdings auch, dass Stromboli ins defensive Mittelfeld drückt, wo er Omar Mascarell ersetzen würde. Im Abwehrzentrum werden zudem Salif Sané und Mattia Nastasic erwartet. Die rechte Seite ist für Daniel Caliduri reserviert. Fällt Otschipka aus, steht Hamza Mendel als Alternative für links parat. Mascarell und Nabil Bentaleb könnten die Doppel-6 bilden, wobei letztgenannte etwas offensiver ausgerichtet sein dürfte. In der Offensive hat Tedesco die Qual der Wahl. Guido Burgstaller gilt nach überstandener Fußverletzung als heißer Kandidat für die Startelf. Neben dem Österreicher könnte Eigengewächs Ahmed Kutuco auflaufen. Hinter den beiden Angreifern dürfte Marc Uth die Fäden ziehen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017